willkommen bei einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir in thorsten und ihr habt im titel gesehen esl hype bei mir leider nicht muss ich leider mal so sagen aber warum da komme ich gleich erst mal drauf ich denke mal den können wir mal mitnehmen ich habe hier wieder so eine totale mischmasch armee dabei aber auch hier kann ich mich nicht wirklich entscheiden was will ich eigentlich will ich hier oben bleiben gehe ich ein bisschen runter oder aber gehe ich richtung logende und mache da so ein bisschen mal vielleicht mal mal wieder ein paar legenden punkte oder 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 aber eins weiß ich sicherlich die esl die ist glaube ich nichts für mich ich glaube es ist nichts für mich ich habe jetzt lange mit mir gehadert um mich da anzumelden weil natürlich bei uns so ein bisschen die leute dort nachfragen wer meldet sich noch an uns fehlen noch drei vier fünf leute keine ahnung und da liegt natürlich ein wenig nah dass man sich dann dort vielleicht doch einmal anmeldet ich muss man eben hier was riesen so einmal was riesen und worten der seine ganzen ressourcen eigentlich hatte die alle er hatte ja nix in der mitte oder so ein bisschen okay so ein bisschen hat eine mitte gehabt aber haben wir ganz gut mitgenommen und ich weiß auch nicht genau was was in diesem game hier im moment den habe ich gerade noch so geschafft gift ja hier auf die luftabwehr würde ich sagen ich musste eben mal wegschmeißen und ja wie gesagt ich weiß nicht genau was was in dem gaming moment überhaupt los ist ich habe so ein bisschen das gefühl dass das game steht im moment auf der stelle alle wartet jetzt auf die esl aber es gibt ja auch einen kleinen dämpfer was diese liga angeht denn die liga ist only für den können wir abbrechen aber ganz nett gemacht ich die liga ist only für ratos 12 das ist mal wieder das so leicht enttäuschende würde ich würde ich mal so sagen ich also ich will nicht sagen dass es enttäuschend ist aber ich glaube dass es natürlich so den einen oder anderen zurückwirft ich meine man hätte sich schon denken können das ist jetzt kein turnier für ratos 6 oder ratos 5 oder so ist sondern er dann für die für die end oder high level spieler zu denen zähle ich mich auch nicht wirklich und deswegen habe ich noch so ein bisschen mit mit mir und der anmeldung ich habe auch mit mir ob ich diesen trank nehmen aber ich nehme jetzt einfach mal denn ihr kommt mal wieder kein trank nach und ja deswegen ihr habt das ja sicherlich in den news mitbekommen auch glaube ich in den deutschen news dass es jetzt die die anmeldung gibt also pre qualifiers registration open und ich habe mich da schon ein bisschen schlau geguckt auf der webseite habe das video auch von ihr zugesehen wie man da navigiert wie man team erstellt und ich weiß dass wir hier schon teams erstellt haben aber ich glaube zeit und raum passen einfach nicht passen einfach nicht das liegt letztendlich nicht daran dass ich jetzt nicht interessiert bin an der esl ich würde mich da schon für interessieren aber ich glaube dass ich nicht so ein spieler bin der unbedingt so eine high end liga mitspielen muss ich meine dabei sein ist alles ihr wisst dass die olympischen ringe da ist das motto genauso aber ich glaube ich bin nicht ich bin doch eher super casual nicht der pro ich mache hier meine zwei sterne in den klaren kriegen manchmal verkack ich auch drei stellen habe ich schon ewig nicht mehr gehört geholt hier mit dem radhaus zwölfer und ich glaube die qualitäten dort der spieler die dort mitspielen sind schon einige andere kennt auch unsere drei sterne kämpfer hier aus dem clan hier da gibt es ich hätte fast gesagt 1000 bessere hier die das sicherlich auch besser machen zudem kommt noch habe ich ihm gesagt zeit und raum passen nicht ja ich habe das gesehen dass die spiele irgendwie mittags stattfinden mittags nachmittags das für mich ein no go das ist einfach mal so vor allen dingen in den nächsten ein zwei monaten geht sowas überhaupt nicht bei mir denn ich bin so hart in projekte eingebunden dass ich tagsüber da muss ich nicht an clash of clans denken da denke ich eher an server virtualisierung meine backups hardware umbau und so weiter deswegen wird das für mich nicht drin sein aber wir machen hier noch ein bisschen weiter und quatschen gleich auch noch mal über die events die ja heute na ich glaube sie fangen ja heute für euch und auch für mich an mauren werden überbewertet hat er mr time fail eben geschrieben ich weiß ich muss ich muss ehrlich gestehen ich weiß nicht mehr genau wer das vorher war ich habe einige namen habt ihr schon mal aus meinen folgen so gehört die sich so umgenaht haben oder umbenamst haben die kenne ich immer noch ich finde es heute übrigens unheimlich cool dass mein mikro schwarz ist und mein pulli auch schwarz ist aber ihr seht da ist das mikro aber es ist frisch es ist frisch und er war tatsächlich überbewertet also eine ganze base voller level 1 mauren die nimmt natürlich für dich gerne mit und ich denke mal auch in der region hier das ist jetzt champions 1 auf champions league 2 ist das sehr sehr cool du nimmst auf jeden fall viel dunkles mit ich denke die armee wird nicht ganz raus sein aber naja sei es drum der rest der base ist ja auch rathaus level 1 niveau beziehungsweise level 9 start also ich sehe jetzt gerade den x bogen jeder ist unheimlich fetzig und der elektro drache überlebt ja auch noch also krasser overkill hier beim farm und ich denke mal wenn ich mir die nächsten events dazu anschaue die ja heute für euch losgehen ich drehe die folge jetzt ein tag er ab dann glaube ich dass ich auch jetzt heute abend noch oder morgen früh da waren auch immer so ein bisschen droppe denn mir fehlen ja immer noch so viel mauern über 200 stück und ich glaube die kriege hier oben nicht nicht so schnell vor allen dingen nicht wenn es den eingehen muss gibt denn der steht ja für euch heute an ich glaube den nutzen den werden ja alle nutzen gar kein gar kein thema ein gem army boost selbst wenn du keine zauber dabei hast und nur mit der armee angreifst allerdings in den unteren bereichen ihr seht das jetzt gerade noch so links oben ist 4227 bei mir ist das schon eher ein bisschen doof muss ich sagen ich würde auch ganz gerne hier oben bleiben wegen dem bonus aber wenn es jetzt keinen doppel bonus gibt über achtfach bonus dann kann ich ruhig ein bisschen runter gehen und es gibt discount also discount brewery ich glaube da sind die zauberer die die zauberer die zauber etwas billiger ist natürlich auch krass da könnt ihr dann mitnehmen vor allen dingen was elix angeht da kann ich dann auch wieder elix mitnehmen weil ich elix eigentlich ja für die mauer brauche und ein tag elf stunden also ein bisschen haben wir noch für die clan wo liegt hier für die nächsten um so ein bisschen hin zu trainieren auf die es ja vielleicht doch auf diese weiß ich nicht ich muss dann noch mal mit meinen leuten im discord quatschen ich habe jetzt auch die ganze zeit mit niemand geredet oder mit niemand getippt hier die tippen auch gar nicht mehr so viel mit mir hier weiß ich nicht vielleicht reicht denen das irgendwie dass der tote so ein bisschen zu so einem kleinen zwei ständer mutiert ist und egal wann er denn angreift aber nicht aber nicht den ja alter okay aber nicht den ja hier hat er mal ein bisschen lud glück er hat er mal gut gewusst eigentlich die queen a dies auf der seite okay dann gehen wir hier dann immer von der seite rein wir wollen der der tussi hier ein bisschen er entgegen gehen 12 12 12 nach dahin ein paar bola dahinter dann haben wir unsere tanks schon mal im trocknen und auch unsere karre mal sehen wie weit die geht die truppen gehen irgendwie noch nicht so optimal das ist aber noch nicht ganz so schlimm wir lassen die trotzdem hier hinten überspringen denn ich kann die hier noch mal durchhalten aber ich kann die noch mal durch eine mitte und einmal ich weiß gar nicht was ich gefrosten soll was habe ich dir mal wieder dabei ich habe mal wieder zwei von den von den zaubern dabei okay einmal das ding hier in der mitte gezündet und einmal noch ein gut aber wenn wir noch was über wir haben immer noch etwas über hier die vierfach kanone hier hinten und der doppelte oder die die doppelte bombe hier ja ich weiß du blöder emulator dass ich alle truppen gesetzt habe oder selected different spell ich bin auf den spells dann nehme ich mal den bowler hier im fokus und das war jetzt ein kleiner overkill macht aber nichts finde ich hier sehr sehr selten dass ich mal so eine harte base offline finde bzw das ist ein toten gegner habe aber die toten gegner werden auch nach den annehmlichkeiten wo es ja darum geht dass alle defensiven einheiten wieder geladen sind also x bogen die inferne türme der adler und auch die fallen weil sobald du einmal einloggst der hat hier nicht eingeloggt hat hier richtig was verloren okay dass das dunkle ist auch nicht alter falter das dunkle ist auch super super nett ich würde sagen wir sind ja ein boost immer noch ein okay es ist mir auch schon wieder was ganz ganz dusseliges passiert zeige ich euch aber gleich naja okay ich habe jetzt einmal nachgebaut hier ist glaube ich nicht ganz so schlimm für so eine base hier mal sehen meine mauerbrecher ja die gehen ganz gut okay die gehen ganz gut und ihr könnt mir aber gerne mal unter die kommentare schreiben was ihr überhaupt von dieser liga haltet denn ich habe von euch noch gar nichts gehört so nach dem motto toto wie findest du esel machst du da mit machst du da nicht mit vielleicht mal sehen mal gucken weiß ich nicht keine ahnung ich weiß im moment sowieso gar nicht was ich von ich weiß aber was ich in jedem fall vergessen habe ich habe meinen king vergessen hier glaube ich kann das sein ja ich habe mein king gerade vergessen und deswegen halten wir die eben mal an so ein bisschen haben wir noch mitgenommen bis noch mitgenommen ist nicht so schlimm wir haben jeden fall gewonnen und damit haben wir hier die paar ip noch drin und den bonus hier hinten können wir noch mal unseren lucky setzen also schreibt mir das reden und unter die kommentare was ihr von dieser esel haltet habt euch angemeldet oder nicht seite genauso gespannt auf die liga ich werde es werden sicherlich ein paar übertragung kommen von dem einen oder anderen ich habe ich habe ich habe ich habe jetzt einen termin telefonisch allerdings mit jemanden den ihr auch kennt aus der szene wo wir uns einfach mal telefonisch ein bisschen auf den abend verabredet haben finde ich sehr nett muss ich sagen habe ich jetzt auch schon ein paar tage nichts davon gehört und ich würde sagen kurze knappe folge wir sind zwar im ck hier aber ich zeige heute auch nichts aus dem ck grüße an den ausrufezeichen 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 30 plus ausrufezeichen 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 klan viel glück im klark ich weiß das ist ein ziemlich starker klan mal sehen wie wir gegen die bestehen oder nicht bestehen mal schauen das werdet ihr sicherlich erfahren bis dahin euer tuto fest ja 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 ja